MobilCase ist ein Steuergehäusesystem aus Aluminiumprofilen für mobile Anwendungen. Es gibt geschlossene Profile zum Einschub von Leiterkarten und offene Profile zur einfachen Montage von elektronischen Komponenten. Das Halteprofil dient gleichzeitig zur Aufnahme von Mignone-Batterien für den netzunabhängigen Betrieb. Für den Einsatz im Gelände ist ein Tragegurt mit Gummischutzkappen lieferbar. Wandhalter dienen der Befestigung von MobilCase auf ebenen Flächen. Mittels Aufstellbügeln lassen sich die Gehäuse ergonomisch verstellen. Eine Cliphalterung für Maschinen dient der Aufnahme der Geräte im Ruhebetrieb. Drei verschiedene Profilbreiten sind lieferbar – 80, 100 und 130 mm. Da Aluminiumprofile verwendet werden, bestimmt der Kunde die Gehäuselänge selbst. Die Profile können in verschiedenen Farben eloxiert werden. Mit geschlossenen Profilen entsprechen die Gehäuse der Schutzart IP65. Das äußerst variable MobilCase-Gehäusesystem von Rolex gestattet dem Anwender bisher nicht gekannte neue Einsatzmöglichkeiten. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.